Hallo Leute, ich bin's da wieder, der Chris und heute gibt es ein erneutes Live-Comptory wieder einmal von MV2 und ich hab nun endlich Level 47 erreicht, das bedeutet, ich hab jetzt endlich die Atombaube freigeschaltet. Ja, und um diese zu erreichen, hab ich mir den Chopper-Garner und den Harrier-Strike mitgenommen und als Klasse benutze ich die Tainon 20 mit einem Schalldämpfer als Zweitwaffe, die PP 2000 mit dem Schalldämpfer bzw. mit dem Vollmantelgeschoss, je nachdem, was ich jetzt als erstes extra habe. Dann hab ich einmal als Extras dabei, Marathon bzw. Plünderer und dann Feuerkraft und Ninja. Ja, und auf dieser Karte werd ich natürlich Marathon mitnehmen, weil dann kommt man hier schneller voran und alles ganz gewi... Oh, nee. Ah, gut. Ich dachte schon, ach nee, jetzt kommt ein Harry an, oder? Ey, ich seh's doch jetzt schon kommen, das ist doch bescheuert, ja. Sowas hab ich ja wirklich immer am liebsten. So eine Lobby ist, wo dann irgendwie gleich Abschussserien ankommen. So, okay. Der wurde sofort gespawnt. Ich hab ihn sofort getötet. Den auch. Oh, wirklich, Leute. Marathon ist einfach nur spitzenmäßig. Wenn man mal... Mist. Wo ist der Sniper hingelaufen? Mann, ich hab Angst vor Snipern. Die sind irgendwie so... Oh, wie so eine Plage, ja. Die sind überall und... Sieht man nicht so. Kommen und dann BAM! Es ist schon zu spät. Seht ihr? Seht ihr das? Er hat mich beinahe getötet. Wow. Oh, also die Runde läuft eigentlich ganz gut. Oh. Wo ist er? Egal. Boah, ey. Das war auch so knapp. Nein, das wollte ich gar nicht aufheben. Ich wollte das nicht aufheben. Oh, verdammt. Und mein Harrier macht mal wieder irgendeine Scheiße. Mann, wieso bekomme ich mal die besoffenen Kandidaten? Ey, das nervt. Ja, ich hab meinen Chopper. Ich hab ihn! Ah, ich bin glücklich. Vielleicht schaffe ich das ja doch noch. Und es... Oh, Mist. Alter. Was für eine bescheuerte Position suche ich mir denn hier aus. Das ist echt einfach nur gestört, was ich hier mache. Aber okay. So, meine lieben Freunde. Ja. Enemy Ravies spotted. Okay. Das fängt ja schon mal gut an, ne? Na komm. Ja, ja, ja. Okay, okay. Es ist High Rise, ne? Äh, Raceland meine ich. Alter, komm. Haben die denn gar keine Stinger dabei? Ja, ich hab sie. Oh, ich sollte aufpassen. Nicht, dass ich dann hier irgendwie hier, ne? Na komm. Wieso stirbt der denn nicht? Aber ich hab ja noch Sniper Action dabei. Boah, ist das geil. So. Oh, Friendly Pablo. Na. Atombombe. Yeah. Oh, Enemy Pablo sogar. Alter, da hab ich aber Glück gehabt. Ja, ja, ja. Und jetzt noch Slow Motion. Bäh, 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 bäh. Krönender Abschluss. Geiles Ding. Und, ähm, ja. Nett. Wirklich nett. Fand ich zumindest. Also, ich fand's nett. Hm, hm, hm. Ich fand's sogar sehr nett. Okay, nein. Spaß, Leute. Ja, ein Atombom heute mal. Und, ähm, ich denke, ich werde jetzt noch ein weiteres Gameplay... Oh, was für... Oh, das ist ja peinlich, Alter. Ey, guckt euch mal die Level an. Battery low. Halt dein Maul. Ja, ich weiß nicht. Also, ich will ja jetzt nicht sagen, dass alle... Oh mein Gott, wie viel Level 1er. Alter. Alter Scheiße. Das hab ich ja lange nicht mehr gesehen. Oder es war einfach nur ein Anzeige-Bug. Ich glaube, es war ein Bug gerade. Hast du wieder einen so angezeigt worden. Nee, aber ich will nur mal an dieser Stelle sagen, Leute, die non-prestige sind und, ähm, so ein niedriges Level haben in MB2, sind meistens schlechte Spieler. Das hab ich zumindest so in Erfahrung gebracht. Das ist nur meine Erfahrung, die ich jetzt mal so preisgebe. Und, ähm, ja. Ansonsten war's das von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen und, äh, jetzt kommt noch ein Video, ähm, wo ich, ähm, ja, auch fast die Atom-Mamme erreicht habe. Aber dann, bam, war's dann doch zu spät. Und, ähm, ja. Oder? Und dann kommt noch ein kleiner Fail mit derail. Da, ha. Oh, es rems sogar Fail, derail. Ach, ey, was, Alter? Ich labe hier so einen Scheiß. Nee, und, ähm, ja. War auch so eine kleine, nette, ähm, Angelegenheit, beziehungsweise so ein, ähm, ja, etwas doofer Zwischenfall. Aber nun gut, ich wünsche euch viel Spaß mit den kommenden Videos. Also, Aufnahmen, äh, ja, weil es sind ja keine extra Videos, sondern, egal, viel Spaß bei den Sachen, die jetzt noch kommen. Und ansonsten, ciao, Leute! Okay, so, dann werde ich mal versuchen, hier rüber zu kommen und Mann, wo ist denn der Gegner abgeblieben? Hä? Also, ich habe hier auf jeden Fall einen roten Punkt irgendwo gesehen. Rage-Modus. Okay. Also. So was liebe ich, so was, so was, so was liebe ich wirklich. Das ist natürlich, ja. Okay, egal. Also, auf ein neues. Wir haben noch hier 2200 Punkte erst gemacht. Das klappt alles, das klappt alles. Ja, und wir werden jetzt mal ein bisschen Team Deathmatch suchen, weil Team Deathmatch ist eine, ja, recht nette Angelegenheit, um mal schnell eine Atommarme zu erspielen. Und wir haben eine sehr schöne Karte erhalten und zwar Afghan. Oh, ja. Eine meiner Lieblingskarten. Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass es meine Lieblingskarte ist. Es gibt, ey, Moment, es ist wirklich meine Lieblingskarte. Ja, es ist meine Lieblingskarte. Leider ist das Spiel hier ein bisschen fortgeschritten, aber ich denke, das wird nicht so problematisch. Hoffe ich mal. Ey, da hinten ist ein Gegner. Ich weiß es, auf jeden Fall, aber ich glaube, oh, Dankeschön. Mann, komm schon hier. Zack, bam, bist du tot? So, und wahrscheinlich, ja, ich hab dir das Leben gerettet. Bedanke dich bei mir. Oh, und ich bin tot. Scheiße. Okay, er hat mich wenigstens gerecht. Das ist wohl sein Dank gewesen, aber, naja. Ja, der ist auch mal schön hier davon gegangen. Gibt's hier noch ein paar Kollegen? Oh, das war ein Fehler. Das war ein gravierender Fehler. Alter. Ja, Leute, auch ich mach mal ein bisschen Scheiße hier. Oh, haha, was war das? Alter, wie geil. Schön mal ein Kopfschuss. Alter, der wollte mich messern. Eiskalt. Eiskalt hat er sein Messer gezückt. Nein. Okay, ich hab ein Problem. Also, wow, ey, ich hab grad einen guten Lauf, oder? Ich weiß nicht. Ich kann das immer schlecht beurteilen, weil, dann, zack, bam, bin ich immer gleich tot und dann denke ich, ach, was für eine Scheiße. War das denn gerade? Und ja, so läuft das bei mir immer ab. Und, ja, ich hab mein Harry up. Ich hab mein Harry up. Ich hab ihn erreicht. Ich hab ihn erreicht. Ich hab ihn erreicht. Ich hab ihn erreicht. Ich bin so nervös. Okay. Ich liebe sowas und ich glaube, ich erreiche die Atomwomen nicht mehr. Außer ich hab Glück. Aber, das Glück wird... Ach, Mist. Mal schauen. Ich denke, ich hab vielleicht ein wenig Glück und schaffe es dann doch. Okay, ich glaube, ich laber einfach mal wirklich scheiße hier. Aber egal. So, jetzt werde ich euch mal hier ein paar Kills klauen, wo ja anders. Einfach ballern. Einfach ballern. Entweder treff ich oder ich treffe gar nichts. Aber wenn ich gar nichts treffe, kann ich mir sicher sein, dass... Ja, ich hab mein Chopper. Ich hab mein Chopper. Ich hab mein Chopper. Oh mein Gott. Ich bin so glücklich. Nein, Spaß, Leute. Ist schon lange her, dass ich nun Yuke gemacht habe. Muss ich ja mal wirklich an dieser Stelle sagen. Aber liegt auch daran, dass ich immer zuvor war, zu leveln. Aber hey. Und ich glaube, es war keine so sinnvolle Entscheidung, den Chopper gleich rauszuholen. Ach. Nein. Ja, toll. Das war ein Fehler von mir, dass ich nicht gleich den Typen da unten noch gedüttet habe, der Pain-Killer hatte. Aber egal. Den Yuke kann ich, glaube ich, vergessen. Ich habe 80 Kills. Vorher habe ich wie viele Kills gemacht? Oh, ich hab ein wenig zu offensiv gerade gespielt. Autsch. Jetzt bin ich sogar gleich tot. Nee, ich bin nicht tot. Ha, 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 ha. Oh, aber ich habe hier noch eine Granate am Start. Ähm, ja, was mache ich denn hier? So, die Gegner vergammeln noch in der Höhle. Ja, das sollte man eigentlich auch nicht machen, weil das war ein Sniper. Und hätte der ein bisschen die Augen offen gehabt, hätte er mich gesehen und hätte mich dann gesnipet. Aber ist ja auch nicht klar, ne? So. Okay, da, oh, 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 knapp, knapp, knapp. Ist nur die Frage, wo er langläuft. Ja, er läuft da lang. Schön abgefangen, muss ich ja auch mal sagen. Bisschen Selbstlob. Nein, Spaß, Leute. Ah, Mist. Ah, scheiße, schaffe ich nicht. Ich meine, selbst, selbst wenn ich hier, also ich wäre jetzt, glaube ich, höchstwahrscheinlich gestorben, wenn ich hier noch geblieben wäre. Ja, selbst wenn ich das mal geschafft hätte, meine 25 Kills, wäre das wahrscheinlich der letzte Kill gewesen. Aber, ja, das Punkt-Element wurde schon erreicht. Mann, scheiße. Egal, ich hätte eh noch mehr gebraucht, um die Nuke zu erreichen. Erreichen? Ach ja, wahrscheinlich irgendwie 27 oder 28 Kills hätte ich das dann erst geschafft, aber egal. Mann, so ein Bullshit, ja, was soll die Scheiße. Egal, was ist jetzt für eine Karte am Start? Ja, Favela, ich bleib hier drinnen. Nervig. Also, ist es einfach nervig, ne? Ich meine, ist ja auch irgendwie, dann hat das sowas nervt, aber, oh. Oh, es leckt, nein, es leckt zu sehr. Oha, oha, was geht denn jetzt ab? Och, nee, Mann, Alter, wieso denn? Ach, fegt euch doch einfach nur. Das war's auch schon vom Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und über eine Bewertung würde ich mich natürlich auch freuen. Sprich, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben und wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten geben. Wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr auf eines der Folgen in den Videos klicken und wenn ihr Let's Play sehen möchtet, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gucken. Dort findet ihr den Link zu unserem Let's Player Channel. Dort kommt jeden Tag ein Let's Play und ansonsten findet ihr dort auch noch den Link zu Facebook. Dort seid ihr auch eigentlich immer auf dem neuesten Stand und das war's dann schon mal von mir. Man hört sich beim nächsten Mal. Gateце Appetit Ich bin jetztё주,